hallöchen meine sehr verehrten zuschauer liebe freunde ich begrüße euch heute zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen need for speed payback ich hoffe euch geht es gut wir verleben eine schöne halbe stunde bei dem super spiel hier und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonntag ja geht noch mal kurz in die küche holt euch den ein oder anderen snack geht noch mal auf toilette und dann macht es euch bequem ich starte währenddessen den motor wir fahren mit dem porsche so die haben wir uns ja letztes mal gekauft was macht denn der baum mitten auf der straße so und dann gucken wir mal was hier so abgeht hier können wir abbiegen so wir gucken mal kurz so wir sind hier oben ja das seht ihr ja was haben wir hier gut gut gespielt was ist das was ist das teststrecke trifft eine teststrecke was ist das der heiler das kennen wir halber überfall racer händler war auch was ist das warte mal dass hier ja nach ember valley showdown das haben wir auch gemacht schon das hier brückenprüfung haben wir auch schon an presto kampf drift klasse ok also die story geht hier überhaupt nicht weiter würde ich mal sagen oder da ist noch eine da ist noch eine dann haben wir auch gemacht dann samacabra den auch dominanz in braxton ja haben wir hier irgendwo was ist das bloß für ein spiel man ich will das jetzt nicht schlecht machen weil ich spiele das ja schon ziemlich lange aber irgendwie geht das hier nicht weiter naja lass uns noch mal lass uns das machen was sollst das ist ja hier in der nähe ja ich habe nämlich eine neuigkeit für euch und zwar spielen wir nächsten sonntag ja wenn ich jetzt wüsste wie das spiel heißt irgendwie sowas wie falling out oder ne falling guys fall guys ja mit diesen komischen typen da die da ja ja genau fall guys ja genau wir spielen nächsten sonntag erst mal fall guys ja das ist ein geiles spiel ich muss das erstmal ein bisschen antesten damit ich mal weiß überhaupt wie das spiel funktioniert oder wie man das gut spielt sagen wir mal so nicht dass ich hier wie so ein dummer anfänger da das video aufnehmen ja ich muss das noch mal antesten da hatte ich leider keine zeit für in den letzten tagen ich wollte das noch gemacht haben ich wollte es eigentlich heute spielen aber scheiß doch ah halt wir müssen da rum mal wir können auch mal kurz unsere auto heile machen na toll wir müssen hier rein ja oh man was mach ich denn hier so ich glaube ich hab noch nie wen in dieses besucherzentrum gehen sehen hier wiederholen ach highway über nein bloß nicht wo komme ich denn dazu blödsinn doch nicht highway überfall das ist nee das ist ja das ist die das ist die letzte da geht die story weiter aber nee da hab ich echt keinen bock drauf das wollte ich machen ja ja hä ne warte mal was mach ich denn hier für ne scheiße hier geht das weiter so 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 Ich glaube, hier ist das, ne? Da. Ja. Ne, machen wir das mal. Oh, schade, ich wollte gerne mit dem Porsche fahren. Gut, dann müssen wir... Fahren wir mal mit dem. Der sieht ganz cool aus, ja. Ne, ne, ja. So, fahren nicht länger als zwei Sekunden abseits der Astfel. Oh, ne, das schaffe ich nicht. Ne. So. Es geht los! Es geht los! So, meine lieben Freunde. Ich hatte letzte Woche... Donnerstag, Geburtstag. Am 30. Juni... Ne, äh... Ja, letzte... Ja, gut, diese... Ja, letzte Woche, ja. Anfangerstag am 30. Juni hatte ich Geburtstag. Alle lieben Geburtstagsgrüße... ...und Geschenkgutscheine. Bitte in die Kommentare. Ich nehme Geschenkgutscheine von Amazon. Okay, ich schaff das. Jo. Halt den Drift, Mac! Ja, halt mal lieber auf die Straße hier. Ich muss ja irgendwie auf der Straße bleiben. Und der kann aber gut driften, ne? Ja. Der war... Na, geht. Das gibt'n Kratzer. Joa, scheiß drauf. So, morgen muss ich wieder arbeiten. Ich hatte... ...eine Woche Urlaub. Das ist ein neuer Rekord! Fehlgeschlagen. Besiege 85, 117. Hm. Wollen wir das nochmal machen und versuchen, schneller zu fahren? Weiß ich nicht. Beschleunigung, Auspuff. Können wir einbauen, ne? Weil hier haben wir noch nicht viel eingebaut in das Auto. So, wir gucken mal. Wo sind wir jetzt? Da. Da sind wir. Was ist das rote? Achso, Racerhändler. Und das grüne dahinter. Versteckt. Da. Fahr über los. Ziehe 200 Euro ein. Was? Ach, das ist doch Müll. Ne, das meine ich ja gar nicht. Das grüne hier. Das. Auf Messers schneide? Das hab ich doch noch gar nicht gemacht. Das machen wir. So. Dann fahren wir da schnell hin. Ja, ich muss Mutter wieder arbeiten. Oh Mann, du. Das müsste aber alles nicht wahr sein. Ich werde immer älter. Und anstatt sich zu vergnügen, sitze ich immer nur und arbeite. Da. Halt. Ach, schon wieder. Zwei Sekunden abseits der asphaltierten Straße. Ne. Ne, das machen wir nicht. So, was haben wir hier? Fahr ich alleine wieder? Ja. Ist das dasselbe Rennen? Gehen wir's an. Ich glaube nicht. Oder? Oder doch. Ne. Dann mal los. Wow, tolle Technik. Oh ja, schön. Getriffschit. Hier einmal. Jawohl. Ja, fett, fett, fett. Hier nochmal. Jawohl. Aber ich triffst ja nicht lange, ne? Ne. Oh ja. Oh ja. Vergeht noch, was, Mac? Fett, 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 fett. Bleib konzentriert, Mac. Du rockst das. Oh ja. Da dauert sie mal, Marie. Hier, fett, jetzt. Fett, 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 fett. Fett, fett. Immer weiter so, Mac. Hier auch nochmal. Kommt noch mehr. Jawohl, fett, fett, fett. Na bitte. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Die war ein bisschen eng, die Kurve. Mein Enkel ist so ein Scooter, aber er hat aufgeschissen. Alles klar. Also eine enge Straße ist immer gut, ne? Was ist denn hier los? Oh, war ja schwierig. Zu fahren. Oh, Alter. Was mach ich denn hier? Halt! Was? Falsche Richtung, ey. Entschuldigung, mach Platz für den Superstar. Was? Scheiße. Scheiße. Da hab ich Mist gehört, das Ganze vergessen, ja. Ja. Wieso falsche Richtung? Wo denn? Wo musste ich denn abbiegen? Hier? Hier? Nee. Ach komm, vergess den Scheiß hier, echt. Wieso macht ihr das immer so schwer alles? Das nenne ich Präzisionsdrifting. Äh, ich weiß das nicht mehr. Komm, hör auf jetzt. Echt. Irgendwas lief doch hier falsch. Soll ich das noch näher? Aber nochmal mach ich das nicht. Äh. Ach, da ist das Ziel. Ja, das kannst du vergessen. Ich bin Tom. Ach, du hast es geschafft? Naja, auf jeden Fall. Ist auch egal jetzt. So, dann sind wir damit durch. Also nochmal mach ich das nicht. Speedkarte Nitro Tempo. Okay. Einbauen. So. Dann gucken wir mal. Wo sind wir jetzt? Unten am Fluss. Ist das neu? Unten am Fluss? Ja, das können wir machen. Das ist gleich in der Nähe. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Mit der Story geht das einfach nicht weiter. Und ich wollte das Spiel gerne mal beenden. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Nö. Ist zwar ein geiles Spiel, aber... Ich weiß nicht, warum das mit der Story nicht weitergeht. Oh, fett. Hier, unten am Fluss. So. Mit welchem Wagen? Drifte 500 Meter ohne Unterbrechung. Hm, das können wir machen. Ja. 500 Meter ist das viel? Oh, es geht. Wenn eine anständige Kurve kommt, sollte das in Ordnung sein. Ich bin ein absoluter Topf. Oh. Mach schon. Mach schon. Oh. Bin ich schon getrifftet? Ne, 131 nur Oh nein Du fährst wieder wie so ein Anfänger hier, echt Bleib in der Spur Ne, 500 Meter ist doch verdammt viel, ja Ja Ne, das kannst du vergessen, echt Ja Hier vielleicht Ne, aber keine 500 Meter Ja, ist doch ein Mist Ne, so Mann, ich bin einfach zu gut Wo hat er das denn gesehen? Wo hat er das gesehen? Ne, du vergiss es nicht Das haben wir auch nicht geschafft, ne 296 haben wir geschafft Ja, 500 Meter ist schon eine ganze Menge Ein halber Kilometer So, okay Getriebe 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 Einbauen So, dann gucken wir mal Wo sind wir? Wo ist mein Auto da oben? Okay, was ist das? Brückenprüfer Und das hatten wir schon Wobei 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 Was ist das? Achso Das hatten wir auch schon Hm Ähm Backshow hatten wir glaube ich auch schon Rio Club Dragrennen Oh, vergiss es So Was machen wir jetzt? Was ist das hier? Sky haben wir Das hatten wir Hm Ja, es gibt hier zwei Zwei Ähm Challenges Die Praktisch Äh Mit der Story Weiter gehen Aber die haben wir beide schon gemacht Ja Weiß ich auch nicht Und zwar ist das einmal Das hier Der High-Ware-Überfall Das ist Story Ja Und Das hier Skyhammer Das ist beides Story Die habe ich aber beide schon gemacht Es geht Einfach nicht weiter da Mit der Story Nee Tja Dann Machen wir mal Das hier Ja Ja, wir spielen wie gesagt Nächste Woche Falling Guys Ja Ja Warte mal Warte mal Ich muss das Spiel Nur mal ein bisschen antesten Damit ich nicht wie so ein Anfänger aussehe Oh Wo ist denn das? Da Hier Okay Ah Da können wir den Porsche mal nehmen Ja Das machen wir Den hätte ich auch gerne in Wirklichkeit Ja Das ist ein Porsche 911 Carrera RSR 2,8 Also ich schätze mal 2,8 Liter Boxermotor Und das ist ein Oldtimer Und das ist ein Oldtimer Ja Da bezahlst du kaum Versicherung für Richtig so einen geilen alten Porsche Genau Sowas wie der hier Da hätte ich Bock drauf Ja Aber Was soll man sagen Es wäre fast zu schade mit dem Auto immer durch die Gänge zu fahren Weil das ein Oldtimer ist Ja Haben wir das Sind wir das schon gefahren? Nicht Weiß ich nicht Naja Wie viel bezahlt man für das Auto? Kommt immer drauf an Vielleicht 60.000 Keine Ahnung Oder 100 Keine Ahnung Oh jetzt steht der BMW Weh ich Wie soll man denn driften wenn da überall Autos stehen Hey Oh man Legg mir am Arsch Alter Jetzt hört das bald mal auf Mit den Autos hier Mann Da driften aber nicht so gut der Porsche Ne Ne Ja 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 Ne Der trifft ihn doch nicht so gut Ne Ja 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 Was fahren hier viele Autos durch die Gänge Legg mir ja am Arsch Ne Ne Boah Boah Alter Oh man Überall Sind Autos Das ist echt ein scheiß Renf Ja Ein richtiges scheiß Renf Ja Ein richtiges scheiß Renf Ja Ne 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 Ja Boah Woher wo kommt der denn her Was war das denn eben schon wieder für ne Scheiße Wo ist der kleine Pisser Der ist schon wieder weg Hey wieso fahren die auf der falschen Seite hier Oh ne ich fahr auf der falschen Seite Okay Ja 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 Ziel Ach komm vergiss es doch Fehlgeschlagen So Speedkarte Einbauen Einbauen So Wir gucken mal wo sind wir denn jetzt hingefahren Hier hin Okay Silver Casino das hatten wir auch schon Ja Achso das ist dahinter Okay Ja Silver Offroad das haben wir ja schon mal gemacht Ja Hm Ja Ist das auch ein Offroad Rennen hier das Wüstensand Ich glaube ja Haben wir Das haben wir noch nicht gemacht ne Das ist aber so weit Das kommt mir ja nicht bekannt vor Ich glaube das haben wir noch nicht gemacht mit dem Wüstensand Ne Geil Das kommt mir ja nicht bekannt vor Aber ich dachte man könnte das hatte ich ja schon mal gesagt schon mehrfach äh gesagt Ich habe das einmal gesehen dass man da hinspringen kann weißt du Das man da nicht hinfahren muss sondern dass man da hinspringen kann aber das klappt nicht Nee Nee Ist das hier irgendwo? Ist das hier irgendwo? Hm 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 Ja Ja enhanced Ah Wie lange dauert das schon noch? Halt! Wir müssen da rum Wo ist die Backschlacht oder was? Ne, die Backschlacht war das nicht, ne Das war irgendwas anderes, ich weiß nur nicht genau was Warte mal, ne Scheiße Tuning Shop Ah Offroad, da ist es doch, ist es das? Ne, weiß ich nicht Offroad Sprintrennen? Weiß ich nicht Lass uns das mal machen, ja Wir nehmen aber nicht den Mercedes, ne, dann nehmen wir den hier So Tripp 25 Objekte Tripp 25 Objekte? Vergiss es So Dann fahren wir das nochmal schnell Dann sind wir auch für heute durch Halbe Stunde Halbe Stunde ist rum Hippie Danni Ach das ist ein Offroadrennen, ok Easy Woah, ey Ist das schon heftig? Jetzt greife ich Platz 1 an Ja, wenn du Zweiter wärst, ja Ich bin aber Dritter So, jetzt greifen wir Platz 1 an Wir können aber ruhig nochmal hinter ihm fahren, so ein bisschen Weil dann können wir wissen, wo er längst fährt Oder? Geht das auch so Ich müsste auch so gehen So Mich kann niemand aufhalten Okay Was soll's Fehlgeschlagen Okay Abgeschlossen Abgeschlossen ist eine Basislieferung erhalten Okay Okay aber Ist hier ne Tankstelle ja klar Entschen Ich bin aber klar Ich bin aber auf dem Weg ich bin aber auf dem Weg gut Ich bin aber alles klar Neuer Rekord, neuer Rekord, ok, so. Ja, alles klar, so, so meine lieben Freunde, das soll es denn für heute gewesen sein, halbe Stunde ist leider schon rum, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr könnt ja nochmal gucken, bis nächste Woche, das Spiel Falling Geist, das ist obergeil, das hab ich gerne gesehen, also, wie soll ich jetzt sagen, also als Gameplay hab ich das gerne gesehen, also ich fand das beim Zugucken schon geil, und jetzt gab es das gratis bei, na wie heißt der Laden noch, Epic Games glaube ich, ja, ja, das Spiel gab es jetzt gratis bei Epic Games, das hab ich mir runtergeladen, und ja, das spielen wir dann nächste Woche, ich will das nur nochmal in der Woche irgendwann antesten, damit ich schon mal ungefähr weiß, wie das funktioniert, nicht, dass ich da, so, naja, ok, alles klar, denn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, habt eine tolle Woche, bleibt gesund, bleibt cool, ja, und dann bis bald, Rian, und tüdüdüdü. Perfekt.